Tja, meine Freunde, wir haben 99% Akku und es geht hier weiter mit dem Singleplayer-Modus. Mein Name ist Mark Hoxie und wir machen das Level, das wir das letzte Mal nicht geschafft haben. Aber hoffentlich schaffen wir es dieses Mal. Und, oh, das wäre schon fast schief gegangen. So, über die Steine hinweg, das hat super funktioniert. Haben wir da irgendwie ein Ding vergessen, oder was? Ein Tank. Oder warum ist unser Sprit so schnell leer? Ich glaube, wir haben den Tank liegen lassen. Oder? 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 Ok. Jetzt komme ich nicht mehr mit. Ok? Scheisse. alles klar alles klar da komme ich jetzt nicht mehr klar mit da müssen wir was verpasst haben ah schau mal sind wir also eiskalt rüber gesprungen kein wunder funktionierte das einfach nicht ok hat also wunderbar funktioniert nein das ist doch zum heulen heulen es hat gar nicht mehr so viel gefehlt also komm weiter zack ok gut haben wir eingesammelt nicht dass wir wieder auf dem trockenen stehen so wird das nix mehr doch was war denn so illegal unser eleganter abflug oh ich glaub das war's scheiße tank ist leer werden es doch fast geschafft und werbung wie sollte es auch anders kommen was das jetzt blöd aufgekommen wie war das jetzt vorher wie sind wir da nochmal rüber gekommen nein meine güte warum können wir da nicht weiter das ist doch so zum kotzen ich muss immer irgendwo anders drauf drücken um weiterzukommen das ist ein großer kritikpunkt denn das darf nicht sein kurz wird nix mehr oh je uns geht glaube ich wieder der sprit aus falls wir den stunt schaffen sollten uns geht ganz sicher der sprit aus wir werden es doch irgendwann hinkriegen also nochmal zack Vielen Dank. Oh, okay. Es wird einfach nichts mehr. Es wird nichts mehr. Es ist unser Mitstreiter eigentlich schon an uns vorbei. Okay, das hätten wir schon mal geschafft. Oh, es war knapp. Komm, packen wir. Wenn uns nicht noch der Sprit aus... Okay, wir haben es geschafft. Toi! Sehr gut. Level 10. Nicht Level 11. Oh, nee. Also, das ist jetzt doch lachhaft. Neue Fahrzeuge. Ich glaube es nicht. Eine neue Währung. Neue Fahrzeuge. Scheiße. Okay, das ist nicht mehr feierlich. Das ist nicht mehr feierlich. Können wir nochmal von vorne anfangen. Scheiße. Und was ist das für ein scheiß Auto? Ich meine, es sieht zwar schon ziemlich geil aus, aber... So qualitätsmäßig. Oh Gott! Tja, da brauchen wir doch wohl 25.000 für das Ding. Sehr schön. Wieso habe ich nur alles davor auf den Kopf gehauen? Also, das ist doch kacke. Ich hätte mir die Klunker sparen können. Kommt doch nicht mal hoch. Es macht keinen Spaß mehr. Nee. Zu krass. Mann, so kann man ja gar nichts mehr fahren hier. Okay. Krasser Scheiß. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.